In diesem Modul, für das ein Zeitraum von acht Wochen veranschlagt wird, geht es um die Einsatzmöglichkeiten von Tablets im Unterricht, die Erarbeitung wichtiger Dokumente sowie zu diesem Zeitpunkt notwendige Absprache mit allen Stakeholdern. Es besteht aus vier Abschnitten. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit grundlegenden Gedanken zur Unterrichtsentwicklung mit digitalen Endgeräten. Das übergeordnete Ziel ist es, keinen analogen Wein in digitale Schläuche umzufüllen, sondern die Möglichkeiten von Tablets im Unterrichtseinsatz zu erkennen und bestmöglich auszuschöpfen. Im zweiten Abschnitt geht es um die Einbindung der Fachgruppen, welche die grundlegenden Gedanken zur Unterrichtsentwicklung aus ihrer fachdidaktischen Perspektive aufgreifen und Einsatzmöglichkeiten von Tablets für ihr Fach erarbeiten sollen. Vertreterinnen und Vertreter der Fachgruppen müssen prüfen, welche Apps und Online-Plattformen genutzt werden können. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollten Kostenfaktoren und Datenschutzkonformität berücksichtigt werden. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Erarbeitung wichtiger Dokumente für die Tabletschule. Hierzu zählen Einwilligungserklärungen, Nutzungsordnungen und Leihverträge, welche jeweils von den Erziehungsberechtigten sowie Schülerinnen und Schülern vor dem Start der Praxisphase unterschrieben werden müssen. Im vierten und letzten Abschnitt geht es um notwendige Absprachen, die zu diesem Zeitpunkt mit allen Stakeholdern getroffen werden müssen. Den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern muss ein konkreter Fahrplan mit wesentlichen Terminen und Fristen vorgelegt werden. Mit dem Schulträger und mit dem Förderverein müssen zudem verbindliche Absprachen zu anfallenden Finanzierungs- und Ausstattungsfragen getroffen werden.